Denn machen wir uns das ganz einfach, dann machen wir hier hinten auch ein Fenster hin. Nein, der Balken stimmt. Nee, hier ist ja kein Balken, hier ist Fenster. Weil jede Ecke hat ja einen Balken, wo es abschließt. Und dann geht es wieder mit einem Balken, hört mit einem Balken auf. Hier ist das Problem. Hier wird es unsymmetrisch, guck. Hier, Balken, 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 Balken. Dann kommt hier wieder Balken, 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 Balken. Ja doch, du hast recht. Das stimmt. Aber das Problem wäre, dann wäre hier wieder ein Balken. Den siehst du ja nachher nicht. Hier die Wand wird doch gefüllt, so wie diese hier. Mach da mal probehalber die Blöcke verkehrt rum. Erst die dunklen zweimal und dann dreimal. Ja, und dann, so, was meinst du? Das geht doch so, ne? Und hier musst du auch wieder so ein Wasserding hinbauen, wo ich jetzt drin stehe. Ja, kann man machen. Das müsste ja gehen. Und hier kommt dann eine normale Wand hin. Also hier so ein Wasserding, ne? Oder wir machen hier einfach ein doppeltes Wasserding. Wenn das geht, dann mach ein doppeltes Wasserding. Ja, ich probiere mal, ob ich das hinkriege, wie das geht mit dem Wasserströmen. Bloß hier hinten können wir sowas nicht machen, ne? Hier haben wir, dann müssen wir hier, doch, hier ist ja noch Platz. Geht die Treppe da lang? Die Treppe können wir ja noch umbauen. Ne, die geht da oben rüber. Weg mit der Treppe. Ne, das geht. Hier ist genug Platz. Ich sehe das. Geh zu den Schaufbau. Kannst du mir mal zwei so eine polierten an die Siebblöcke geben? Gut. Ach ja, ich brauche ja noch mehr, ne? Scheiße. Ich brauche noch mal. Ich brauche noch mal zwei. Okay. Oin, 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 oin. Zwei Weiße. Oh. Aua. Ähm. Warte. Ich gebe dir die... Kannst du mir die wiedergeben? Na klar. Hier. Okay. Natürlich gebe ich dir die wieder. Also, so eine blöde Frage. Ich habe schon mit Epithor gespielt. Und da hast du nicht wiedergekriegt. Oder was wolltest du jetzt damit sagen? Ich habe aber... Ich brauche noch an die Sieb. Ich kann doch sonst die Türen nicht setzen. Danke. Es war nur eine. Brauche ich noch an die Sieb? Nein, ich habe sie hingeworben. Warte mal, warte mal. Warte mal. Oder kann man das anders machen mit der Tür? Oder was anderes? Aber das... Ich weiß nicht. Die Tür ist ja nur zwei hoch, ne? Ja. Ja, ich weiß. Hinten müssen Steinwände hin. Mir ist auch schon aufgefallen, dass es gerade böse aussehen. Such mein Bestes. Ich mache erst mal Decke weiter. Was, wenn ich jetzt hier... Wow! Hast du gemacht? Nichts, ich habe... Oh, gemacht. Oh, ich öfter mal. Ja, okay. Dann ist ja alles gut. So. Normalerweise, ne? Müsste man von diesen Balken ausgehen, das auch so tun. Theoretisch, ja. Aus Symmetriegründen. Kannst du auch gerne machen, wenn du die Zeit hast. Die Uhrzeit. Boah. Weil, das sieht, glaube ich, dann... Und dann auch noch durchziehen, bis nach vorn. Oder was meinst du? Ah, das ist nicht... Ja. Doch, das haut... Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Das haut nicht hin, das haut nicht hin, das haut nicht hin, das haut nicht hin, das haut nicht hin. Weil, das Fenster ist ja gradzahlig und nicht ungradzahlig. Dann würde es ja gehen. Scheissdreck. Sag mal, wer hat das hier gebaut? Epitork. Ja, wollte gerade sagen, ich weiß nicht. Weißt du was? Dann mache ich das... Dann mache ich es wieder weg. Eines Tages müssen wir Epitork hier raufladen als Special Guest. Kein Ding. Lieber Epitork, was hast du dir letzten paar Monate gemacht? 1-0-0-0-1-0-1-0-0-1-1-0-0 Aha! Und was hast du geplant für deine Zukunft? So, 0-0-1-1-0-0-0-0-0-0-1-0-0-1-0. Error... Happy Dog abgestürzt... Happy Dog Nudle O-1-1! Ich gratte wieder nur Scheiße! Gar nicht... Sag mal, ich habe keine Fackeln. So, ein bisschen Licht hier, wird dunkel. Hilfsbeleuchtung. So, und dann brauche ich jetzt die anderen Stufen. Oh. Na gut. So, die Zeit, gut, wir können noch. Manfred? Mögst du eventuell auf die Cloud zugreifen mit der Musik? Und dann? Dass wir wieder ein bisschen was im Hintergrund haben, laufen. Über deinen... Kriegst du das so inkognito hin? Das ist nur nicht... Äh. Arsch, geh raus. User was moved out of your channel. Ja, der Manfred hat eine Geheimwaffe. Die Fichtenholzbretter sind alle... Aber irgendwie, ich mag das, das gefällt mir. Ich mag diese Holzhühne, finde ich einfach nur schön. Weißt du, was wir vergessen haben? Nein. Fackeln, sonst braucht ihr was. Ja, ich bin ja schon dabei. Oh, was geht's hier? User joined your channel. Oh, der Manfred ist ein Held. Er hat's wieder hingekriegt. Musst du den Sender wechseln. Dann reagieren wir halt. Ne, dann fehlt noch ein bisschen Material, aber... Das geht schon so. Oder? Was meinst du, Blit? Den Boden musst du bloß noch ein bisschen anders machen, ne? Ja, es fehlt noch einiges an. Es fehlt noch einiges im Material. Wir brauchen noch ein bisschen Schwarzeichenstämme. Die hab ich... Ich muss noch mal zum Kackwassertempel gehen. Du meinst Schwarzeichenholz? Jawohl. Da haben wir mehr als genug. Da hab ich dir was gegeben. Bist du voll? Dann nehm ich's mal lieber wieder, bevor der Server das wegräumt. Der räumt das nämlich richtig weg. Und wofür willst du das haben? Kannst du uns selbst setzen hier direkt? Achso, den... Ach, das ist ja nun kein Thema hier. Oh, da hab ich schon ein zu viel gebaut, seh ich grad. Das muss ich von draußen machen. Da ist er. Oh, ich kann das nicht sehen. Ich seh hier nur mein... Warte mal. Ah, das war die Axt. Blit! Setz ihn selbst. So, das was sind wir davon. Jetzt geh ich runter. Geh weg. Und gleich kommt der Kripa. Du schliess die Lücke. Kann ich auch? Hey, hey. Ja. Die kommen hier... Ja, ja. Hühne. Ich mag Hühnchen. Das musste sein. Aber das wird schön hier. Und hier muss man dann so eine Sitzecke machen, dass man so rausgucken kann. So an uns. Wasser so. Hast du noch Diorit oder ist der jetzt alle? Ach so, so willst du das machen? Ich hab noch Granit und Diorit. Und... Und Andesied. Oh nein, das ist ein Stein. Du hast den Andesied. Warte, ich wirst dir mal hin. Ach so. Ich hab ja den ganzen polierten Andesied. Alles klar. Dann kann ich doch hier... Hier müsste das dann auch wieder kommen, so, ne? Oh, wie geil das gleich aussieht. Kriegen wir hier auch noch so ein Wasserdink hin? Hier in der Ecke? Hier, wo ich stehe, hier. Kriegen wir dann noch so ein Wasserdink hin? Oder geht das nicht? Nö, das ist kein Problem. Hoffentlich. Ja, hier ist die Tür. Genau. Genau, das würde passen. Das würde passen. Weil diese Zuckerrohr bald ist ein Designermodell. Das kostet jetzt mehrere tausend Euro. Geil. Das verkaufe ich. Das Patent. Korrekt. Ich werde endlich reich. Ja, super. So, dann mach ich da. Hier machen wir nur Steinen hin, würde ich sagen. Oh. Geil. Auch nicht schlecht. Hey, Einbrecher. Leinbrecher. Leinbrecher. Hier haben sie, hier im Ort, haben sie jetzt einen erwischt. Der kam aus Berlin. Mit seinem Mercedes hinhergefahren, um hier irgendwo einzubrechen. Hä? Ja. War der auf Drogen? Wahrscheinlich. Es fehlen nur noch Fichtenholz. Hast du noch welches? Hast du jetzt auch keins mehr, ne? Bled? Äh, ich muss gleich nachgucken. Moment, ich mach jetzt schnell noch die Zuckerrohr. Ja, lass sie nicht in der Druck setzen. Und der Druck. Ich werde hier nur herumgeschubst und das ist so ein Problem, wenn ich was sagen will und dann habe, würde ich es auf Schweizerdeutsch sagen, dann muss ich mir überlegen, hm, wie war das in Hochdeutsch? Guck, ich hab noch ganz viel für dich. Oh, geil. Ich, das ist gut, das reicht. Ich kann mir dann, fünf Stück, oh, geil. Du bist aber ein, ein, ah, du bist so ein, so ein edler Spender. Aber immerhin sechs Stück. Oh. Ja, hat nicht jeder. Ja. Äh, hab ich hier überall schon mit Steinen ausgetauscht. Nee. Busch am Baut, hinein wird der Raster raus. So, guck mal, die Ecke haben wir schon mal fertig. Ja, Moment. Und dann verlassen sie mich. Die innenreine Richtung wird dann nochmal interessant. Ach, du hast jetzt hier so eine, so eine grünen Steine nicht mehr, so eine Prismarine-Ziege. Hier muss ich gleich organisieren, aber wenn du magst, kannst du das schon mal eins nach vorne bauen. Das kann ich machen. Klack, klack. Aber das sieht richtig gut aus, jetzt mal ohne Witz. Klack. Hast du von diesen dunklen Prismarinen noch welchen, oder ist der auch alle? Der ist auch alle. Den, der reicht jetzt auch nicht ganz. Fehlen hab ich noch. Zwei Stück fehlen. Ja, hier lag was. Gut. Einmal frei, dann kriegen wir das wenigstens hin. Wenigstens was kriegen wir hin? Äh, das kann ich dir geben, das kann ich dir geben. Das wäre, einer ist noch ein ganz neuer Block, aber den hab ich hässlich. Also hab ich ihn nicht genommen. Ja, wegen zwei Dinger muss ich jetzt noch mal zum Wassertempel. Geil. Ziegel. Ach, die hast du denn noch? Von denen hab ich noch einige. Von denen hab ich noch einige. Die fehlen wirklich bloß diese Dinger hier. Ja, diese zwei. Die kann man nicht kraften, die muss man abbauen. Wohl, man kann schon, aber da muss ich eben diese Fische töten. Und die muss ich sowieso noch töten, weil ich möchte ja die Lampen nehmen von denen. Und die dann hier unten irgendwie hin platzieren oder so. Manfred! Eben kam bei mir die Meldung an für einen neuen Grafikkartentreiber. Hier fehlt noch Zuckerrohr. Määäää. Ich muss hier drüben noch schnell die Erde. Achso, mach. Das sieht sonst kagia aus. Ja. Achtung, Wasser. Oder auch nicht. Also Fichtenholz hast du denn auch nicht mehr, ne? Nee, ich bin auch nicht. Gut, dann geh ich mal Fichtenholz organisieren. Die Blöcke lege ich hier in die Truhe rein, wenn noch Platz ist. Ja, ist noch. Und den anderen nehm ich mit. Aber ich bewege mich jetzt ressourcensparend. Und umweltschonend. Wo ist er? Da. Ääää. Schau hin. Äää. Mir ist doch alles voller Fichtenholz. Warum hat den... Das hab ich glatt weg übersehen wahrscheinlich. Es ist wieder... Die Fichten blühen. Und geben Äpfel. Eigentlich geben die Zapfen. Aber eigentlich wieder die gute Musik. Ich liebe es. Oh, ich könnte es den ganzen Tag machen. Total bescheuert. Weißt du, was witzig ist? Von innen sieht es dann super aus. Und dann gehst du draussen gucken. Ja, das kommt auch noch. Überall kommt so der Raum raus. Das machen wir auch noch schick. Das machen wir aber danach, ne? Das wird alles schön bepflanzt. Würde ich sagen. Schön mit Gras und allem Schikanen. Und Dreck. Nee, dann nehmen wir ein bisschen Knochenmehl mit und dann geht die Post ab. Aber das hier oben wird wirklich toll. Plattformen müssen wir auch noch weitermachen. Das ist ja auch noch nicht ganz fertig. Ja, aber ich hab gerade so richtig Lust, das hier unten zu machen. Ja, ich auch. Dann ist es auch besser, wir machen das unten fertig, ne? Boah, das sieht so toll aus. Wow. Da kommt die Inneneinrichtung. Manfred. Ich den Raumausstattung lassen. Nora. Ach, da fällt uns auch noch was ein. Ich wusste, dass du Lust darauf hast. Viel Spaß. Ich hab hier zu tun. Blät, ähm, hast du eigentlich im Sommer Urlaub? Im Sommer? Hm, im Sommer Urlaub. Ja. Dann setzt du dich in den Zug und dann kommst du uns besuchen. Einverstanden? Das unterschreibe ich nicht. Dann zeige ich dir mal die Ostsee. Da schweigt er. Weißt du, es wäre nicht mal, dass ich das nicht gerne machen würde, aber ich weiß gar nicht, dass das momentan möglich ist. Und der Sommer ist ja auch noch ein bisschen Ja, deswegen, na klar, das war auch jetzt nur so. Aber pass immer auf, was du einem Kevin sagst. Ach so. Oder sag ich meinen Namen schon selbst. Bitte vergiss das, liebe Zuschauer. Bitte denk dran, dass Kevin nicht Kevin heißt. Ja. Dem ist sonst unangenehm. Ja. Stimmt, der heißt Calvin. Calvin, genau. Wenn die Leute auf die Straße kommen und Autogramme wollen. Genau. Der heißt Calvin. Mit Nachnamen klein. Ja, das fehlt noch. Das hatte ich ja auf dem iPhone drauf. So, jetzt habe ich Fichtenholz. Jetzt stehe ich im Baum. Wow. Ey, die wachsen hier richtig gut. Also die... Oho. Ich sehe hier was auf der Karte, aber ich will mich nicht weiter spoilern. Der Manfred ist fleißig. Das wird auch ein Objekt, was ein bisschen länger dauert, ne? Ja. Also wenn du Hilfe brauchst, irgendwie an Materialzuführung oder so, musst du das sagen, ne? Das ist ein alter Manfred eigentlich. Das kann ich mitbekommen. Ja, der war... Ein Klo. Ein Klo. Ein großes Klo. Ne, ein kleines. Klein und bescheiden, so wie wir nun mal sind, ne? Genau. Jetzt musst du dann gleich mal die Treppen von oben begutachten. Ich sehe jetzt gerade... die... hier in der Mitte von so einem... so einem Dingsblock, ne? Von diesem... Komm mal her, Läd, bitte. Moment. Ach so, du bist gerade schwer beschädigt. Ah, ja, mach. Ja, was? Diese kleinen Vierecke hier, ne? Die sind bei mir... als ob die rausstehen. Das sieht schick aus. Das sehe ich jetzt erst. Hübsch. Hast du eine... eine Halbstufe? Kannst du die Halbstufe mal hier reintun? Was für eine Halbstufe? Irgendeine? Aber nein, ist gut. Ich habe genau eine. Warum machst du das? Ich will auch sehen, ob es raussteht. Ja, aber ich kann das hier... von hier aus sehen. Das liegt wohl am Text... Text-Repack. Nimmst du auch so ein Text oder was nimmst du? Ja, habe ich. Ah, so meinst du, dass es ein wenig 3D-Effekt hat? Ja, genau, 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 genau. Das sieht doch schick aus, ne? Yeah. Habe ich noch nie gesehen, bewusst. Hast du mir jetzt den Block geklaut oder habe ich den? Da liegt der... Achso, nee, ich habe den nicht. Glaube ich nicht. So, warum habe ich denn jetzt 64 Fichtensetzlinge mitgebracht? Wir können hier Fichten pflanzen. Ja, super. Weißt du, was machst du einfach? Nee, bloß nicht. Doch. Ich mache... Ich mache viel. Ich muss erst mal meinen... meinen Sack füllen. Ah, mir wurde einfach von der Zeitung Wolfenstein gespoilert. Die Schweine. Ich war so Online-Zeitung am Lesen oder so schön 20 Minuten. Und dann kam einfach so... Eben das. Sag es jetzt mal nicht. Ich weiß nicht, wie weit... wie weit Manfred gespielt hat. Ich spiele das nicht mehr. Ich bin enttäuscht vom Spiel. Achso. Gut, dann kannst du es erzählen. Nein, das geht mir eher um die Zuschauer. Ich weiß nicht, wie viel du hochgeladen hast. Zu viel. Was meinst? Gib mal ein Stichwort, was du meinst dann. Kanzler. Achso, das habe ich noch nicht hochgeladen. Äh, ist noch nicht freigeschalten. Bucht eh kein Mensch mit Minecraft. Und trotzdem laden wir es hoch. Ja. Ah. Fichtenholzbretter. Wie muss man ja YouTube-Holsche heißen. Ja, ich habe es gewusst. Doch, ich nehme es noch mit auf. Gut. Ich habe noch gerade so Platz. Aber was habe ich denn hier alles drin? Warum lege ich die denn nicht rein da? Was soll denn das? Das brauche ich doch nicht. Das kann auch weg. Der kann auch weg. Den brauche ich nicht. So. Da sind sie. Setzt mal Hand aufs Herz. Das sieht wirklich geil aus. Die Decke ist noch nicht fertig. Wusch am Bau. Ja, hast du gerade nötig. Ihr habt eure Lampen auch noch nicht fertig. Oh, ja. Willst du die Lampen montieren? Nö. Ja, ich auch nicht. Ja, mir gefällt das auch gut. Und hier kommt eine Sitzecke nachher hin, ne? Hier so irgendwie. Wo man sich hinsetzen und dann hier rausgucken. Oh, ist das nicht schön? Noem. Vielen Dank.